Hallo ihr Lieben. Mehl statt Schnee. Überall auf der Welt hält die industrielle Landwirtschaft Einzug. Dafür rodet der Mensch mit Maschinen, was das Zeug hält, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Pestizide werden weltweit eingesetzt. Dieser Export der industriellen Landwirtschaft ist bequem. Die Menschen wollen immer weniger arbeiten und trotzdem gut versorgt sein. Die Wirtschaft soll boomen. Damit wird die Weltordnung massiv gestört. Da in jedem Land die Vergehen an der Natur unterschiedlich sind, bekommt auch jedes Land seine individuelle Not. Ausgelöst durch ihr eigenes Handeln. Ich fordere hier erneut alle Länder der Welt auf, stoppt den Holzeinschlag und rettet die Bäume, solange ihr noch könnt. Denn die Bäume sind unser Klima. Schaffen wir es nicht, die Bäume zu retten und das Klima zu stabilisieren und damit das Schmelzen der Polkappen zu stoppen, dann ist das das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Ihr könnt es euch aussuchen, erinnert euer Handeln oder die Natur wird euch belehren. und dann auch einige Entschuldigung, einig, 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 Dann